Heinrich von Kleist Geistererscheinung Im Anfang des Herbstes 1809 verbreitete sich in der Gegend von Schlan, einem Städtchen vier Meilen von Prag auf der Straße nach Sachsen, das Gerücht einer Geistererscheinung, die ein Bauernknabe aus Stretokluck, einem Dorfe auf dem halben Wege von Schlan nach Prag, gehabt hatte. Dies Gerücht ward endlich so allgemein und so laut, dass endlich ein hochlöbliches Kreisamt zu Schlan eine gerichtliche Untersuchung der ganzen Sache beschloss und demzufolge eine eigene Kommission ernannte, aus deren Akten zum Teil und zum Teil aus mündlichen Berichten an Ort und Stelle nachstehende Geschichte gezogen ist. Ein Bauernknabe von ungefähr elf Jahren aus Stretokluck, mit dem Namen Josef, bekannt bei seiner Familie sowohl als im ganzen Dorfe für einen erzdomen Jungen, schlief für gewöhnlich mit einem alten Onkel und einigen seiner Geschwister, von seinen Eltern getrennt, in einer besonderen Kammer. Eines Nachts wird er durch Schütteln geweckt und wie er aus dem Schlafe aufschreckt, sieht der eine Gestalt sich langsam vom Fuße seines Bettes fortbewegen und im Dunkel verschwinden. Josef, dem Schlafen über alles geht, nimmt es gewaltig übel, so mutwillig gestört zu werden, und in der Meinung, die Gestalt sei der Onkel gewesen, der ihn habe necken wollen, fängt er an, sich laut zu beklagen und sich derartige Scherze schelten zu verbitten. Der Onkel, ein alter Invalide, wacht über den Lamm ebenfalls auf, fragt ziemlich bärsch nach der Ursache, und da Josef ihn zur Rede stellt, warum er ihn necke und nicht schlafen lasse, so erkrämt der alte Soldat, und nach einigen Beteuerungen und Fluchen, dass er von nichts wisse, die aber unserem Josef nicht einleuchten wollen, steht er auf, und um seinen Gründen Gewicht zu geben, nimmt er den Stock und zerprügelte den ungläubigen Herrn Neffen. Josef schreit fürchterlich, all seine Geschwister werden wach und schreien mit, die Eltern eilen voll Angst herbei, sie besorgen Feuer oder Mord, beruhigen sich aber bald, da sie sehen, dass nur der dumme Josef etwas geprügelt wird. Sie fragen nach dem Anlasse des Tumultes. Josef erzählt schluchzend seine Geschichte. Der Onkel flucht laut über den Lügner. Den Eltern ist der Fall zu spitzig. Zum Untersuchen ist nicht die Zeit, und da Josef von seinem Satz nicht abgeht, so vereinigen sie sich der Kürze halber mit dem Onkel, prügeln gemeinschaftlich auf den Ärmsten und schicken ihn zu Bette. In der folgenden Nacht geht derselbe Spaß von Neuem an. Josef wird wieder geweckt, sieht eine Gestalt, hält sie wieder für den Onkel und, da er diesmal seiner Sache noch gewisser zu sein glaubt als das erste Mal, so beklagt er sich noch ungestümer. Der alte Onkel erwacht, prügelt, die Eltern kommen herbei, prügeln auch, und Josef flüchtet sich, ein gutes Teil mürber als die vergangene Nacht, in sein Bett. In der dritten Nacht dieselbe Erscheinung, aber nicht dieselben Prügel. In dem Kopf des dummen Josefs entwickelt sich allmählich die Idee vom ewigen Unrechte des Schwächeren. Er schweigt demnach und versucht es, mit einem äußerst verdrießlichen Gesicht so bald wie möglich wieder einzuschlafen, was ihm denn auch gelingt. Den Tag darauf kommt Josef abends vom Felde nach Hause und erzählt der Mutter, wie um die Mittagsstunde ein fremder Herr zu ihm gekommen sei, in einem weißen Mantel und mit sehr bleichem Angesichte, wie dieser, als er sich anfangs vor ihm gefürchtet und davonlaufen wollte, ihm freundlich zugeredet habe. Er solle sich nicht fürchten, er meine es gut mit ihm und er wolle ihn belohnen, wenn er nur hübsch folgsam wäre. Als er sich hierauf beruhigt, habe der fremde Herr mit tiefbetrübter Miene gesagt, dass er schon sehr, sehr lange auf ihn gewartet habe, dass er ihm die drei vergangenen Nächte erschienen sei und jetzt komme, um von ihm einen Dienst zu begehren, dessen Gewährleistung er nicht zu bereuen Ursache haben würde. Morgen nämlich mit dem Sonnenaufgang solle er mit einem Spaten versehen aufs Feld hinausgehen und an einem Orte, den er ihm zeigen würde, nachgraben. Er werde dort Menschenknochen finden, an denen fünf eiserne Ringe befestigt wären. Diese wären seine Gebeine, über die sein Geist nun schon seit 500 Jahren ohne Ruhe und ohne Rast herumirre. Habe er die Beine gefunden und herausgenommen, so solle er noch tiefer graben, wo er so dann auf fünf verschlossene, irgende Truhen stoßen werde, was damit zu tun, würde er ihm später entdecken. Nachdem er ihm dies alles gesagt, sei der Herr plötzlich weggekommen. Er wisse nicht, wohin. Die Mutter hatte mit offenem Munde zugehört und voller Verwunderung ihren Josef betrachtet, welcher, da er sonst in dummer Unbehilflichkeit kaum ein halb Dutzend Worte einander zu reihen wusste, jetzt mit fließender Rede, im reinsten Böhmisch, seine Geschichte vortrug. So unheimlich ihr bei dieser Erzählung auch zumute sein mochte, so witterte sie doch als kluge Frau in den verheißenen Truhen so etwas wie einen Schatze, und um des Schatzes Willen beschloss sie, mit ihrem Josef gemeinschaftlich das Abenteuer zu bestehen. Den anderen Morgen in aller Frühe machten Mutter und Sohn gehörig zum Graben gerüstet sich auf und gingen dem Felde zu, wo der Geist sich hatte sehen lassen. Kaum waren sie vor das Dorf gekommen, als Josef sagte, »Ei, seht doch, Mutter, da ist der Herr schon!« »Wo?« rief die Mutter erblassend und schlug ein Kreuz über ihren ganzen Leib. »Hier dicht vor uns,« antwortete Josef, »er hat mir aber gesagt, er komme uns zu führen.« Die Mutter sah nichts. Der Geist, nur dem Auserwählten Josef sichtbar, zog still vor ihnen her. Die Reise ging querfeldein, einer Heide zu, die an einem Feldwege hinlief. Dort steht Josef still und sagt zur Mutter, »Hier, Mutter, hier sollen wir graben,« spricht der Herr. Die Mutter, den Angstschweiß auf der Stirne, setzt den Spaten an und gräbt hastig drauf los. Sie mochte ungefähr zwei Schuhtief gegraben haben, als sie auf Totengebeine stößt. »Der Herr sähe dem Dinge sehr freundlich zu,« versicherte Josef der Mutter, der für die Freundlichkeit des 500-jährigen Herrn wenig Sinn hat und geistliche Lieder und Aves und Beschwörungsformeln bunt durcheinander sich immer lauter in Gedanken zuschreit. Der Gebeine wurden immer mehrere. Sie waren mit einem gewöhnlichen Schimmel überzogen und zerfielen an der Luft in Asche. Um beiden Arm- und Beinröhren dicht über den Hand- und Fußgelenken lagen starke, eiserne Bände. Auf einmal ruft Josef in die Grube hinein, »Mutter, der Herr will, dass ihr dort mir rechts grabet, dort, wo er mit dem Degen hin zeigt, da liege sein Kopf,« spricht er. Die Mutter gehorcht und nach einigen wenigen Spatenstichen hebt sie einen Totenkopf heraus, dessen Stirn ein großer, eiserner Ring umgibt. Nun war es mit der Mutter am Ende. Mit jedem Knochen, den sie herausgegraben, hatte die Angst und das innere Lärmen sich gemährt. Halb in Verzweiflung hatte sie nach dem Schädel gesucht. Sein Anblick gab ihr den Rest. Sie warf den Spaten hin und floh laut schreiend dem Dorfe zu. Josef begriff die Mutter nicht. Ihm war nie so wohl in seiner Haut gewesen. Als er den fremden Herren fragen wollte, was denn das bedeute, war dieser verschwunden. Kopfschüttelnd nahm Josef seine fünf Ringe um den Spaten, spielte noch ein wenig mit der Knochenasche und ging dann jubelnd dem Dorfe zu. Die fünf Ringe wurden später bei den Gerichten deponiert, wo sie noch jetzt zu sehen sind. Als die Kommission die Untersuchung dieser Geschichte geendigt hatte, ohne die Sache selbst allerdings ins Reine gebracht zu haben, entschloss sich eine hohe Amtsobrigkeit, durch die fünf Ringe aufgemuntert, den verheißenen fünf Truhen nachzuspüren. Es ward von Amts wegen weiter nachgegraben. Im November 1809, wo der Erzähler die Grube selbst gesehen, war man schon zu einer beträchtlichen Tiefe gelangt. Da die weitere Fortsetzung der Arbeit die Kräfte gewöhnlicher Tagelöhner überstieg, so ließ man, um nicht den Vorwurf halber Maßregeln auf sich zu laden, endlich gar Bergleute kommen. Diese erweiterten den Bau und trieben Gänge rechts und links. Nicht lange, so wollte man es haben, hohl klingen hören. Man grub und grub. Umsonst. Die Truhen zeigten sich nicht. Man kam auf Schutt, die Hoffnung wuchs. Der Schutt wurde durchwühlt, er verlor sich, die Hoffnung sank. In der Verlegenheit, worin man sich befand, fiel es einem gescheiten Kopf ein, dass Schätze ihre Kaprizen haben, die respektiert sein wollen, dass sie nicht jeder rohen Faust in die Hände laufen, sondern sich nur von sympathetischen Fingern berühren lassen und tat daher den Vorschlag, den Josef kommen zu lassen, um künftig bei der Arbeit gegenwärtig zu sein. Da man schon im Dezember ziemlich weit vorgerückt war, so packte man den armen Jungen warm ein, gab ihm einen kleinen Spaten in die Hand und hieß ihm hin und her, ein Schäufelchen Erde auszuheben. Man versprach sich sehr viel von dieser List, doch es schien, als wäre es dem Geiste mehr um seine Knochen als um die Truhen zu tun gewesen, denn auch die Gegenwart unseres Josef verfing nichts. Der zunehmende Frost machte endlich dem Suchen ein Ende. Im Frühjahr, beschloss man, sollte die Arbeit fortgesetzt werden, hat es jedoch unterlassen. Übrigens hat der Geist gegen Josef nicht ganz undankbar gehandelt, als es auf den ersten Blick scheinen möchte, denn wenn er ihm auch den gehofften Schatz, den er ihm übrigens nie versprach, entrückte, so hatte er doch wahrscheinlich veranstaltet, dass die Leute von nah und fern herbeiströmten, um den kleinen Geisterseher zu sehen und reichlich zu beschenken.